Diesen Mann werden sie hassen. Bist du ja Hexenjäger? Du kennst mich gut genug, ich zögere nicht, dich zu töten. Dieses Mädchen werden sie lieben. Ich bin Matthew Hopkins, Hexenjäger. Der Hexenjäger liebt das Feuer und vor allem seine Opfer. Wenn sie jung und knusprig sind. Weg mit dem Degen, Soldat. Der Mann beschuldigt dich, Sarah Loews, und dich, Richard Marshall, gemeinsam mit dem Teufel zu konspirieren. Das stimmt, Sir. Sie werden diesen Mann hassen. Sie werden dieses Mädchen lieben. Sarah, ich lege jetzt dieses Eisen auf deinen Rücken. Ich will dich töten. Ah, und was für ein Geschäft führen Sie? Gottes Geschäft. Hexenjagd. Hexenjagd. Oh, das ist nett. Sehr hübsch. Niemand soll dir ein Leid tun. Das schwöre ich dir bei meinem Leben. Romantische Liebe im Schatten der Folterkammer. Gesteh! Gesteh doch. Foltern bereitet dir Freude, Sir. Und dir, Sir? Das war's. Geh, Gehr記. Geh! ıs Bring die Jungen her zu mir. Was ist mit der Alten? Die alten Menschen sind vernünftiger. Verstockt sind immer nur die jungen Menschen. Da braucht man mehr Zeit. Was wollen Sie? Dich. Dich.